Hallo liebe Freunde von Hong Kong City Tours. Heute möchte ich euch zwei weitere Tempel vorstellen. Ich hatte euch ja schon den Won Tai Sin Tempel gezeigt. Nun zeige ich euch zwei weitere Tempel hier in Tune One. Und einer davon, da gehen wir zweimal im Jahr hin für Zermonie, der für eine Feier. Das ist einmal am Jahresende zur Weihnachtszeit rum. Und das andere ist zum Shiny New Year. In diesem Jahr ist es am 1. Februar. Und wir schauen uns jetzt hier um in dem Tempel. Und ich wünsche wie immer viel Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020